Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wo sind wir jetzt hier? Seht ihr das rechts unten? Ich habe ein Sperr-Ding und das ist nämlich ein Einhändesperr. Das ist ja mega genial. Ja, ich bin hier gewesen. Da war ich noch nie drin irgendwie, weil ich wusste, dass dort nichts drin ist. Cyprian ist auch wieder hier. So sucht es. Gut, ich möchte gerne noch den Einhandschwertsperr links finden, aber es gibt keinen. Hm, ist ein bisschen wackelig. Wackelig, wackelig. Vielleicht hier oben? Das sind nur die zwei Beschwerer. Zwei Trainer meine ich, nicht Beschwerer. Beschwerer Trainer, ja. Nein, Hexer Trainer. Hm. Na gut, dann gehen wir. Vielleicht hier? Er hat Äxte. Hm. Mutuelle Axt. Hm. So schwach. Gut. Weg da. Boah, Mann. Der kommt ja unten an. Das ist ja heftigst. Ja, wir müssen ein Ding, hä? Wir brauchen irgendwas für Links, das auch Stich-Ding hat. Es gibt keine linke Dägen. Also, wir müssen hier Stahlgebiet machen. Gegen Durchbohrschalen ist schon wichtig. Ähm. Ja. Da ist noch. Dann hier. Wiegbar. Und das ist Schneide. Aufschlitz. Ja, beim Speer ist Aufschlitz. Okay. Halbenschl... Äh, Schlitzen. Also, Schlitzen. Schneiden. Das habe ich einfach falsch interpretiert. Ja, hier müssen wir nicht mehr so hoch. Ich mach das jetzt einfach auf 3. So. Rückseitenschlag. Ah, das ist der Schwindel. Brauchen wir nicht. Und... Ach ja, wir müssen ja... Äh, Wasser und äh, Ding machen. Ich brauch schon irgendwie Blutdurst oder sonst irgendwas. Äh, Blutdurst brauch ich schon. Ah, das betöbendes Gebrüll. So. Hier brauch ich halt nichts. Überhaupt nichts. Ja, präzise Schwung hilft dann halt nur auf der linken Waffe. So. Beserken machen wir nicht. Machen wir heulen, hä? 7 Sekunden Schwindel. Bereich 6. Was? Aussprechgeschwindigkeit. Ich möchte ja noch den Ding. Widerstandsfähigkeit brauch ich. Jetzt muss ich schauen, was ich hier rausnehme, hä? Ach komm, das Gebrüll. Träten haben wir. Ähm, dann machen wir hier... Ähm, dann machen wir hier... Gegenschlag. Ja, schon gut, hä? Hier haben wir alles Wichtige. Hier haben wir alles Wichtige. Hier haben wir alles Wichtige. Das sollen wir durchspaaren. Nein, das lassen wir. Was brauchen wir denn dringend noch? Behutsamkeit und Ekstase brauchen wir, hä? Also lasse ich das so, hä? Mehr besser kann ich jetzt das alles nicht machen. Keine Ahnung. Gebrüll. Gebrüll. Gewandtheit. Gegenschlag. Treten. Behutsamkeit. Ertreten haben wir. Blütdurst. Ekstase. Haben wir schon. Topsucht haben wir schon erhöhen. Sprint, da haben wir alles. Dann brauchen wir nur noch bei den Sperren Gewandtheit. Ja, dann haben wir alles hoffentlich. Gut. Ich glaube es ist nur sie da, die Biggillen. Ja, eine neue Rüstung habe ich genommen und eben den Helm zum Beispiel aufgezogen. Ich werde jetzt mal den Helm anziehen. Das sieht nicht so schön aus. Sieht ja mega lächerlich aus. Dann mache ich halt alleine und mit anderen Leuten zusammen, die einfach fremd sind. Aber wahrscheinlich auch United ein bisschen folgen. Ja. Mal schauen, wie stark jetzt wir sind. Ich hoffe schon stark. Es sind ja viele Leute draussen. Ich weiss jetzt gar nicht, was sie in letzter Zeit eingenommen haben. Summerford, Many haben sie wieder verloren. Alle machen mit dem Booster. Ah, man meint wahrscheinlich den Tagesbonus. Hm. Ja. 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 Ich mache immer kurz Level. Ich mache immer kurz Level. Ich mache jetzt zarten und das. Warten wie, was für ein Level er hat. Sieht er es nicht oder antwortet er einfach nicht. Naja. Ich muss noch Zeit geben. Hm. Die grossen Wehrwürfe sind rot jetzt. Aber die habe ich ja mit dem Schützen immer erledigt. 56 schon. Okay. Okay. Ich tue immer zurückantworten. Also, ja. Mein Level auch, kann ich mir sagen. Und den wir mal bisschen vorwärts wieder machen. Ich weiß es ja selber. Ich sollte vorwärts machen, aber es ist dort schwerer bei so vielen Games. LOL. Vault in the Origin. Kenne ich den? Scheinbar irgendwie nicht. Ja. Wo? Wo? Von kurz fest. Okay, hier ist auch nichts, sogar offen, wo haben wir denn, Bösewicht? Hm. Tja. Sein Baba ist achtender Hitz. Wieso ist das Tor offen? Ich werde sicher sterben, aber ich mache es auch mit gutem Gefühl. Wurde vielleicht Töcke getötet, gell? Und das Alse wurde abge... Hey, nein, nicht schon wieder Alastor! Ist ja heftigst! Die ganze Zeit müssen wir... Ich muss zuerst binden unbedingt. Oder habe ich gebindet? Nein, ich habe nicht gebindet. Das war ein Mist, ey. Ich glaube, da ist Tingo hier noch versteckt, aber... Ich kann ihn ja nicht besiegen, sonst... ein Jäger ist... Ja, ein Jäger könnte ich töten, stimmt. Aber ich mache es nicht. Ich muss binden. Wieso habt ihr jetzt Sam allein genommen? War das Eisen? War das Eisen? Hm. Okay. Da ist jemand. Wer war hier? Was war das? Vielleicht haben wir den Drachen gehört? Vielleicht ist der irgendwo hier oberhalb zu sehen? Nö. Keine Ahnung. Ich bin doch immer am informieren, wie das Game so aufgebaut ist, weil ich bekomme ja überhaupt keine Informationen über nichts. Oder? Weil nichts mehr geschrieben steht. Bei jedem Game nicht mehr. Ja, ja. Jetzt gehen wir... zur Brücke. Herr bleibt vorab vielleicht vorbei, irgendwie. Ja, ich weiß, ich mache es ja immer. Hm. Hm. Schade, dass wir vielleicht ein bisschen zu spät kommen. Ja, wir hätten vielleicht den Rückweg, wenn wir nicht sterben... ähm... dort vorbeigehen. Und die Quest würde ich dann lieber am Abend mal mit... äh... Dingen machen. Wie heißt sie? Wie heißt er? Milu Miru. Miru. Ich glaube Miru. Haha. Das ist leider nicht mehr so gut. Schade, dass ich das so schnell vergesse. Aber die Namen halt immer, weil ich irgendwie so ein bisschen Lern-Namen-Merk-Probleme habe. Sicher wieder wegen der Konzentration und so. Also das kann man... Ja. Man kann nichts dafür, oder? Wenn man einfach krank ist, oder? Ah, andere Part war ein bisschen länger. Ich muss schauen, dass ich jetzt ein bisschen kürzer mache, aber... Ja. Hm. So, jetzt muss ich ja nochmal schauen. Angreifbar. Verlieren sie jetzt. Also schaffen sie es nicht. Aber der Einstein ist unser. Der von Ignis rot. Hm. Immer alleine sein. Hm. Weißt du, wenn man nur ein bisschen... Sie... Sehen würde, wo die Truppen sind. Aber nein, man sieht es nicht. Da muss ich immer alleine irgendwo hin. Weil ich immer zu spät komme. Der Kleine ist halt einfach noch nicht gut genug. Ich hätte lieber jetzt noch ein bisschen United. Ich muss, äh, den Verdi wieder... sagen. Wir müssen ein paar Anführer haben, die immer wieder Gruppen machen und... Ja. Dann ihnen folgen. Aber es ist einfach zu wenig los. Viele spielen halt nicht am Morgen. Ich muss am Morgen aufnehmen, weil ich da einfach... als einzige... bei einziger Zeit noch fit bin. Weil ich ja immer Sport mache. Bin ich nun mal manchmal am Abend nicht mehr so fit. Ich kann schon am Abend Rechnung aufnehmen, aber das muss ich einfach... dann machen, wenn ich nicht leiste. Und deshalb mache ich nicht... mehr jeden Tag, sondern noch jeden zweiten Tag. Am... geraden... Tag. Wir sehen mal ein Gerad ist. Ammer ist hier. Okay. An Archangel. They reunited. Okay. Hat hier einen neuen. Niger hier drin. Okay. Da greifen sie schon an. Bisschen mehr Taktik, hm? Boah, hat die einen Speer. Ja, toll. Immer dieses Gestunde. Ständig wird man gestunt. Hey, hallo. Wie... Wie lang wird man gestunt? Was ist denn das? Hä? Da hat nichts machen können. Donnerschlag wurde auf... mich? Okay. Jetzt... Jetzt... Jetzt habe ich... Aha. Alles verzögertes. Wahnsinnig, wie man verzögert wird. Und jetzt machst du einfach mal nichts. Was? Ach, Männer. Alles in AFK. Ständig immer alle AFK. Was machen denn die ständig? Und jetzt... Jetzt greift die an, weisst du? Ach, Mann. Gib mir doch einmal etwas ab. Wir sind alles... Alles wirklich nur noch Suchtis. Ist ja Wahnsinn. Wir sind voller Suchtis. Heftigst. Heftigst. Das habe ich mich umsonst. Gott, oh Gott. Weisst du, helfen können sie nie. Aber die ganze Zeit dann ausatmen, wenn ich nicht Zeit habe. Aha. Und mal mehr helfen. Mehr heilen. Aber die Beschwerer heilen immer nur die Super Pros. Die überhaupt keine Heilung brauchen. Die zahlen alle wieder ab. Was sind denn das für Namen? Es greift an. Ja. Der ist einfach stark. Obwohl... Ah, das wäre schwer, ja. Aber ein anderer war da. Auch recht stark. Naja. Dann hört die wieder ab. Fertig. Wenn alle AFK sind. Und hinten beim Steinen. Kann ich natürlich nicht viel machen. Der darf natürlich angreifen. Stiebt eventuell sogar. Ja. Ist gestorben. Ah je. Diese... Also... Die Leute sind... Also vor allem die Spanier sind mega schlecht. Wir haben überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel. Ich werde jetzt einfach nicht so los, dass die nur noch... Ähm... Ähm... Ja. Trollen. Das Kaisel. Kalt dran. Wieso kann man den Leuten nicht einfach normale... Dinge in den Spielern... Also die Spieler den... Charakter. Die muss komisch... sich nennen. Ich brauche den Schützen. Ich muss den Schützen holen. Da hat er halt keine Items. Der bleibt einfach AFK. Geh raus. Muss nicht ra... Ah ok. Es sind vielleicht Fehler gerade. Aber du musst raus gehen. Du bist doch... Ah du bist einfach. Ah je. Wieso sind hier nur einfache und anspruchsvolle? Das ist auch anspruchsvoll. Normal sogar. Der Jack. Ja. Ja genau. Ah je. Hilf mir mal ein bisschen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich werde einfach brüllen. Ich werde einfach brüllen. Geht raus. Alle zusammen. Okay. Ich habe einfach keine Chance. Und ich sehe es nicht. Das ist das Problem. Wer zu wem sagt das? Krämer 5. Das ist Krämer 5. Das ist Krämer 5. Das ist Krämer 5. Das ist Krämer 5. Krämer 5. Ich weiß nicht. Ich habe ja glaube ich auch nicht getroffen oder so. Wieso kann man das nicht ausschalten? Hm. Blitz. Eisegen. Schild. Normaltreffer. Höhlen. Auf Biala. Habe ich Höhlen? Ja. Höhlen auf Biala. Habe ich damit die gerettet? Nein. Sonst war ja niemand dort. Ich weiß nicht was er sagt. Sieht er nicht, dass ich kein Ding bin? Vielleicht ist er doch. Vielleicht ist er von United und Spanier. Sagt einfach immer gracias. Hm. So. Los. Ich möchte jetzt Sprint nicht einsetzen, weil ich Ding einsetzen muss. Beim Schaden machen muss. Vorhebe. Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt tanken? Wieso ist der so witzig? Nein. Eieiei. Ich bin immer noch ein bisschen überfordert bei dem Hin und Her. Ständig nur immer Hin und Her. Das ist gar kein Kampf mehr. Das ist nur noch immer dieses Hin und Her Kicke. Ich bin richtig böse auf das Spiel, wenn es einfach nicht klappt. Ich bin ja wirklich zuversichtlich auf das Game und so. Ist ja richtig toll. Aber es macht einfach keinen Spass, wenn die Leute nicht mitmachen. Und sie einfach nur blöd herumhocken. Habt ihr jetzt den Stein natürlich nicht. Sind alle wahrscheinlich tot. Naja. Sind alle tot. Wo die Steine geholt haben. Das nächste Mal gehe ich mit. Was? 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 Ich sterbe nicht. Ja. Ich sterbe nicht. Aber er macht Schaden. Das sind so ein Elite-Ritter. So. Jetzt hilft mir doch mal. Einfach mal einer helfen. Ständig nur dieses Geschiessen und nicht Stunnen. Einfach mal Stunnen lernen. Ja. Ja. Na gut. Es bringt einfach nichts. Man ist einfach mega überunterlegen. Das. Ich habe immerhin einen mal so richtig. Reingehauen. Aber schaut euch mal die. Ja. Ich habe gar nicht so viel gemacht. Die normalen Treffer sind getroffen. Treten. Ja. Widerstanden. Der Widerstand hätte den. Da hätte ich jetzt machen können. Ja. Ey Leute. Nicht immer abhauen. Es waren ungefähr fünf von uns dort. Nur noch die zwei Schützen waren dort. Alle sind abgehauen. Ist ja Wahnsinn. Die Sangsthasen. Die Sangsthasen. Also wir müssen unbedingt mit dem Clan dann machen. Und denen mal anstacheln. Weil alle deutsch sind. Geht das auch gut. Sie ein bisschen anstacheln. Das ist doch kein Krieg. Die ganze Zeit immer so blöde. Ähm. Daneben zu bekommen. Tja. Soll ich eigentlich so leveln. Tja. Kommen wir gehen in so ein Fall leveln. Was haben wir als andere Waffe schon gehabt. Ah wir haben es. Naja. Ich habe es verkauft. Ich hätte es nicht verkaufen sollen. Aber der ist schon viel, viel stärker. Also. 178 bis 266 ist Wahnsinn stark. Jaja. Aber ich wollte einfach den Sprung sehen. Wie viel habe ich dem angerichtet? 507. Und das war ein geschützter Beschi oder so. Naja. Hexe war es wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Ich muss es nachher nochmal schauen. Also ich kann. Dann will ich ja auch live streamen. Damit die Leute mir sagen können. Was es waren und so. Ich bin im Kampf so konzentriert. Ich kann da manchmal gar nicht so richtig sehen. Was ich mache. Oder? Aber das liegt einfach daran. Dass ich sehr. Ähm. Ja. Fussballorientiert bin. Und so. Also sehr taktisch. Dass ich einfach. Die Konzentration habe. Auf den Kampf. Und nicht auf die Leute. Und die Klassen. Ich muss mal schauen. Wenn ich dann ein bisschen stärker bin. Dass ich das ein bisschen weg mache. Aber dafür ein bisschen effizienter mache. Einfach. Einfach. Dass ich sehe. Oh jetzt werde ich sterben. Weil. Die Beeschis nicht kommen. Vielleicht mehr zurückschauen. Oder so. Es ist halt ständig irgendwas. Was halt. Nicht so gut ist. Aber. Ja. Ja. Wir sind noch jung. Wir haben. Noch Probleme. Ja. Also. Äh. Schaden macht's. Und für zwei. Drei. Drei. Hundert. Schaden mehr. Oder. Einhundert. Schaden mehr. Aber. Ja. Das Schwert ist halt auch nicht so stark. Das Linkehandschwer. Ja. Da haben wir mal einen Crit. Gut. Ja. Ja. Je nachdem. Ich liebe ihn einfach. Weil ich ihn bekommen habe. Selber gefunden habe. Liebe ich ihn. Nein. Das nützt gar nichts. Hier. Was ist das jetzt eigentlich? Schwindel. Ja. Das nützt halt einfach. Ja. Das nützt schon etwas. Tja. Scheiss mal EM. Hä? Ich hab's jetzt mal so. Ich hoffe ich er weisse. Dass es. Dass ich unsere. Bashis meine. Es kann doch nicht sein. Dass alle immer wieder zurück gehen. Weit. Meilen weit. Sind die Bashis. Die wir brauchen vorne. Das kann doch nicht sein. Die müssen doch Defensive Skill. Also. Defensive sein. Gute Rüstungen haben. Das sind halt alles Anfänger. Ich. Hab ich nachgeschaut. Was der war. Der war glaube ich nur normal. Es fehlt. An guten. Ding. Truppen. Es sind eher mehr. Als gute Truppen. Das ist das Größte. Ja. Na gut. Die Taktik auf Bashis zu gehen ist so. Ja. Ich wollte auf den Bashi gehen. Aber das war nicht der Bashi. Das war ein Hexe wahrscheinlich. Was hat er da eigentlich eingesetzt? A Ding was eingesetzt. Elvi ist da. Ja. Das sieht man nicht mehr. Doch. Hier. Kräfte. Meteor. Ja. Das Küsel ist Ding. Aber ich hab Waulsepter angegriffen. Waulsepter hat Wehenskraft angesetzt. Das ist natürlich nicht so gut. Dass er sich schützt. Ähm. Salvestr hat nichts mehr angesetzt. Es war ein Bashi gut. Immerhin. Hehehe. Ich denke schon, dass er ein Bashi ist. Man sieht es halt so schwer. Also. Informativ ist das Spiel überhaupt nicht. Das ist das Schlechte. Das sehr Schlechte. Ich muss einfach üben. 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 Und weiter. Üben. Ja. Ja. Also. Ich werde hier beenden. Ich hab auch keine Lust jetzt gerade zu leveln. Und warte einfach bis zum Abend. Und level dann ein bisschen. Und nehme vielleicht auch auf. Ja. Es ist sowieso jetzt. Es ist sowieso jetzt. Servile Wartung. Immer am Morgen. Immer denn, wenn ich Zeit habe. Naja. Dankeschön. Vielleicht ein kürzer Part. Vielleicht nicht. Aber. Tschüss. Ich freue mich. Wenn ich dich so sagen. Tamsch. Vor« Ich конце jetzt. Das hat mich. Nachbarn. Aber. Ich freue dich. Bis das!